Die Heckenschere wird gut verpackt geliefert. Zum Lieferumfang gehört ein Handbuch, eine Schutzhülle und die Heckenschere. Die Heckenschere hat eine Leistungsaufnahme von 550 Watt und einen Messertakt von 1870 Umdrehungen pro Minute. Die Messerlänge ist 60 cm und der Messerabstand 25 mm. Mit einem Gewicht von 2,9 kg ist sie nicht zu schwer, trotz ihrer Größe. Sehr praktisch ist es, dass das Kabel direkt an die Heckenschere angeschlossen wird. Es gibt viele andere Modelle, wo hier ein Kabel herumbaumelt mit einem Zwischenstecker. Ich finde dies wesentlich praktischer und auch sicherer. Es wurde auch an eine Zugentlastung gedacht. Dadurch muss man nur das Kabel hier durchziehen, einhängen und dann hier anstecken. Schon sitzt das Kabel fest und kann nicht unbeabsichtigt aus der Maschine gezogen werden. Die Bedienung der Maschine ist kinderleicht. Sie hat zwei Schalteinnahmen am Griff und eine mit einem Bügel. Oder wieder aus. Die Maschine stoppt sofort. Ich muss zuerst bedenken, ob diese Maschine nicht doch ein wenig zu groß ist. Aber nun bin ich froh, mich für die 60 cm entschieden zu haben. Im Vergleich zu meiner alten Baumarktmaschine hat diese Heckenschere eine wesentlich höhere Leistung und ein viel besseres Schnittergebnis. Und ich mache zuerst ein wenig zu viel schröre. Ich mache ein wenig zu viel schröre. Und ich mache ein wenig zu langsameriker. Und da bin ich für추ze. Ich habe es zu sehr viel ab, weil ich die Maschine nicht so viel zu tun. Spannungsgeladene Ich bin sehr zufrieden mit dieser sehr leistungsfähigen Heckenschere. Sauberes Schnittbild, geringes Gewicht und hohe Leistung zeichnen diese Heckenschere aus. Ich kann sie weiter empfehlen.